Ich habe heute als Vorspeise die Schafskäseterrine mit Feige und Kürkiskern. Da es heute Rutkrautsuppe gab und das mag ich nicht so, habe ich mich für den Schott entschieden. Und der ist Avocado, Apfel und Kokos. Ich bin mal gespannt. Ich habe immer drei Hauptgänge zur Auswahl. Fisch, Fleisch und Traditionell. Heute habe ich mich mal für den traditionellen Hauptgarten entschieden. Und Vegetaris gibt es natürlich auch. Das Dessert ist für alle gleich, aber am Buffet gibt es dann noch verschiedene Eissorten und Toppings und auch, wer möchte, noch Käse. Ich bin natürlich zum Käse. Ich bin natürlich zum Käse.